Und er kommt zurück. Wir sind kurz vor ICTRUSY. Ein Areal, das so heiß wie der letzte Boss heißen könnte. Schauen wir doch mal rein. Die Bühne ist ein bisschen weit entfernt von hier. Er ist sehr skillful bei hiding, aber insofern seine besten Erfahrungen, ich kann ihn trotzdem fühlen. Ja, wenn die Bühne nicht auf diese Beziehung nicht, ich glaube nicht, dass wir ihn finden würden. Du bist richtig. Jetzt gehen wir. Oh, schöne Musik in diesem Areal. Gibt es hier keine Gegner oder spawnen erst noch? Das sind übrigens Goldhause. Die könnte ich jetzt abgeben für die Quest. Haha! Ja. Das ist voll hübsch. Die Blumen sind in Blumen hier, auch. Sie sind so schön. Die Blumen sind in Blumen. Wenn das ist der Ort, die Frau O'Delia gesagt hat... Willkommen ist das, was ich gerne sagen würde. Aber ich kann euch nicht mehr überlegen, dass ich nichts mehr überlegen. Ich bin nicht mehr überlegen, dass ich die Beziehung nicht mehr überlegen, dass ich mich nicht mehr überlegen. Ich wusste, dass ich mich nicht mehr überlegen. Ich wusste, dass ich mich nicht mehr überlegen, dass ich mich nicht mehr überlegen. Aber auch! Wenn du dann weitergehen kannst, dass ich mich nicht mehr überlegen, wird mir nicht mehr überlegen, dass ich mich nicht mehr überlegen, dass ich mich nicht mehr überlegen. Ich bin hier, um die Beziehung der Meer zurück zu nehmen. Nichts egal, was du sagst, werde ich nicht ohne sie gehen! Surprise attack! Successful! Confirm the weak point, we'll be destroyed! No difficulty, executing might do. I think I got stronger! Guess there's still more to learn, even at this end. Aber ich finde, es ist schwer zu sehen, wo denn hier jetzt Wege langgehen. Also, da könnte zum Beispiel das langgehen, gibt's aber nicht. Und, ähm... Ja, wo nicht... Weil ich will ja natürlich hier alles durchsuchen, bevor ich jetzt irgendwie dem Infos in die Arme laufe. Okay, I think we have the advantage! And... There! Confirm the weak point, we'll be destroyed! Ah! No difficulty, executing might do. Ja, hier liegt ein Flyer rum, alles klar. Oh, Dragon! Was finden wir hier eigentlich für Sachen? Gibt's da tolle Sachen bei? Also, ganz viele... äh, ganz viel Ausrüstung, die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Okay. 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 Let's just finish this. Und... There! I will clean up altogether! Ah! 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 Komm! Eine Ruhe! Synthesis Origins. Ooh! Schlaue Allee haben wir fertig? Ja. Ah, ok. Ok. Gut, ich schätze, da geht's zum Endlos. Also gehen wir da mal nicht rein. Noch mehr. Ok, ich denke, wir haben die Vorteile. Und, ja! Ja. 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 Ok, vielleicht hätte ich nicht mal zu nah dran gehen dürfen. Oh je. Das war keine Absicht. Ja. 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 dass dann nicht sofort der Bosskampf losging, nur weil ich mich dem Ding näher hatte. Konfirm, der Weak-Port wird verletzt. Keine Schwierigkeiten, meine Schuld zu schützen. Ich glaube, es gibt noch mehr zu lernen, selbst in dieser Zeit. Da ist eine Truhe! Lass uns das fertig machen. Ich werde den Schmacken aus dem Skyen attackieren. Keine Schwierigkeiten! Ich werde meine Schuld zu schützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Phoenix Bracelet Ah, so ein Ding Ah, so ein Ding Okay, wir haben scheinbar alles gesammelt hier Ups Ich wollte jetzt gar nicht zurück Leider waren auch Gegner Okay, ich glaube, wir haben die Vorteile Confirme, die Weak Point will be destroyed No difficulty executing my duty Ich glaube, ich bin stärker Da, ich sehe noch was Ist jetzt auch noch was? Ich werde jetzt einfach mit dem Ich werde den target aus dem Himmel Ich werde den target aus dem Himmel So, ich glaube, das ist ein Allergegner, ja? Aber einen müsste ich noch machen, um die Hand voll zu fliegen. Wenn ich hier nicht zufällig noch irgendwo einen rumfliegen sehe, sollte ich vielleicht was aus Areal neu betreten. Mach' ihn mal! Das Neue ist aber auch nicht aufgetaucht irgendwo. Also, ich glaube, da bleibt jetzt nicht mehr so viel. Ich suche hier ein bestimmtes Item. Von dem ich dachte, dass es das hier gäbe. Aber schauen wir nicht. Auch egal. Das Neue ist. 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 Oder in den DLC reinschauen. Aha. Ich denke, ich werde erstmal zurück zur Stadt gehen und der Frau diese Gold Hive geben, damit sie endlich zufrieden ist. Na, ein Flyer. Monthly Arcomast. Aha. Ist doch ein Event. Aisha, da ist ein Buch für dich. Entschuldigung, wer ist von? Hmm, ich wundere. Oh, es ist von Tanya. Let's see. Oh, sie geschrieben über dich, auch. So ich werde es ausprobieren. About mich? Oh, ich wundere, was sie gesagt hat. Oh, es ist Tanya. Ich habe endlich genug Geld für den Tag. The next time I'm not too busy with the family business, I'm planning to go to Fiersaberg. If you can, please show me around the city. I'd love to see the bazaar as well. I also want to see Marietta so I can thank her for the gift. I'm looking forward to seeing you in the city. That's all for now. From Tanya. She has enough money now? Good job, Tanya! Oh, so Tanya's coming here? I'm sure she's really excited. She was really looking forward to coming to town. Hmm, but I wonder when she's gonna come. And where we're gonna meet. Uh, she didn't buy any of that. Maybe she couldn't wrap her head around it. In this town, even if you're both here, it'll be hard to just run into each other. And I'm sure she doesn't know where my shop is either. I guess the best we can do is keep a sharp eye out for her. Anyway, so Tanya's coming to town. In that case, we need to get it ready for her. Huh? What are you talking about? It's gonna be a surprise for when Tanya gets here. All right, I can't just stand around like this. I need to go get ready. God's Miracle Drug. Mirage Mirror. Medical Solution. Oh. I think the Metastarsus ringer is pretty cool. Do you know what to do with it? If I don't think of it, I can teleport from workshop to workshop without the time going. That's why I'm going to take it out of the way. The thing is going to take it away. Hold it, I'll take it away. Let's take it away. That's why I'm going to take it away with you. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, I hope you're not talking about my shop I mean, don't have your emotional reunion in front of my shop It's getting in the way of my business If you both aren't here to shop, then go home I'm sorry See? The bazaar is over there And my house is that way And on the other side Wow, wow, wow Amazing Now you see how big this town is, right? Why am I bragging? Aisha, what are you doing in a place like this? Oh, you're... are you Tanya? Oh, Marietta I was planning on visiting you after this This is Tanya And this is Marietta She's the shopkeeper of the store that sells your salt Hello, I'm Tanya Folta Thank you for buying our salt And thank you for the handkerchief I've been wanting to thank you Oh, no problem Thank you for your business Welcome to Fierzeburg from so far away It must have been a tough trip Yes, but everything in this city is amazing Even my fatigue went away Everyone says that the first time they come here Well, I guess I can't blame them That's right, I almost forgot I prepared something for you Tanya, can you come to my store right now? Now? Okay Oh, Aisha, you should come too I wouldn't want you to miss this Okay What don't you want me to miss? That's a secret I'm really getting pumped up now Okay, stretch out your arms real high Like this? Yep Good Oh, straighten your back a little more like this Oh, okay I wonder what they're doing I don't think they're exercising Okay, good Very nice It's totally worth polishing up when you have a nice material Material? It means your splendid skin is firm and smooth I'm so jealous Well, I'm gonna button up now Okay, done Aisha, you're here Perfect timing Tanya's just about to make her debut Ta-da Oh Fumpy How about this beautiful girl? Even I was totally surprised It's a little embarrassing There's no need to be embarrassed You look great like that Yup You're really cute, Tanya You're like a doll This is my first time wearing a skirt I feel so happy This is one of my old dresses But you look better in it than I imagined You look even better in it than I did It's like it was made for you, Tanya Look at her Her black hair shines with this dress on All the boys in town will do a double take when you pass by, Tanya That's gonna be embarrassing, too So, Marietta You wore this kind of frilly dress when you were younger? Of course Back when I was still cute Why are you being so weird? Don't ask Now, Tanya, do a twirl L-Like this? Very nice I love it It's like I'm not myself It's so cute I'm so glad I like the brisket and lively you But with today's clothes You look very ladylike Now I'm embarrassed I feel like my personality doesn't match the dress If you change the impression you give off on the outside You'll start feeling different on the inside All girls are like that Now, about this dress I'll gratefully accept it Thank you so much You're so cute Boah, Lof Du, bald müsste auch mal wieder Mal wieder ein Ein Contest sein, oder? So, ich gebe jetzt mal schnell Oh, eine Memory Noch schnell das Quest ab Shadow Memories frei Und dann war's das für diesen Part Lieber das, ne? Hallo, willst du eine Gold-Heile? Schon delayed Oh, oh, oh Ja Dann Ach, Memories Schon wieder vergessen so schnell Uhu Ja, damit Gut In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen Wenn's euch gefallen hat Lasst mir ein Like oder ein Abo da Immer gern gesehen Pack das weitere Events nächstes Mal Oder so Ja Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Weißt Tschüss Tschüss oni Untertitelung des ZDF für funk, 2017